Ja hallo zusammen, Hedge kommt zum letzten Set Review zu Ixalan. Heute in diesem sechsten Teil schauen wir uns die mehrfarbigen Karten an, noch ein paar Länder und natürlich die Artefakte, also die farblosen Karten, quasi so der ganze Rest. Starten wir noch mit den beiden Planeswalkern, wir hatten ja jetzt schon alle Farbreviews quasi und es war bisher nur ein Planeswalker dabei. Wir haben natürlich noch zwei weitere, drei insgesamt. Wir haben noch Vraska, Relic Seeker, sechs Mana, kommt mit sechs Loyalität ins Spiel. Bei plus zwei macht sie einen 2-2er Piraten-Token mit Bedrohlichkeit, das ist schon mal ziemlich nice. Natürlich sechs Mana ist eine krasse Investition für einen Planeswalker, sie hat aber solide Werte, kommt quasi mit acht Loyalität ins Spiel, macht einen Token, der sie selber beschützt, ist auf jeden Fall schon mal super. Bei minus drei zerstört sie ein Artefakt, eine Kreatur oder ein Enchantment, dafür gibt es dann noch einen Treasure-Token für uns, also super Allzweck-Remove quasi. Kreaturen sind dabei, das ist sehr wichtig und dann noch Artefakte und Enchantments dazu, passt natürlich sehr nice. Guter Allzweck-Remove-Fähigkeit und minus zehn, der Lebenspunktestand eines Spielers wird eins. Ja, das ist doch mal eine Ansage, ist ein sehr guter Planeswalker, super stark, einfach kann man nahezu in jedes grün-schwarze Deck reinstopfen, weil sie alleine schon gut ist. Sie ist Removal, sie macht Kreaturen und kann quasi das Spiel gewinnen, alles alleine auf einem Planeswalker, ziemlich stark. In einem etwas langsamen Deck kann ich mir sie sehr gut vorstellen, was ein bisschen kontrolliger ist, GB Good Stuff, sehr starker Planeswalker. Dann haben wir Huatli Warrior Poet, fünf Mana kommt mit nur drei Loyalität ins Spiel, das sah auf den ersten Blick ein bisschen wenig aus. Schauen wir uns die Fähigkeiten an, plus zwei, wir kriegen so viele Lebenspunkte, wie die stärkste Kreatur bei uns stärker hat quasi. Das ist in Ordnung, ist halt ein bisschen ein Live-Gain, vielleicht für einen Control-Deck in Planeswalker. Bei null gibt es immerhin einen Token, das ist natürlich stark und für null sogar ein 3-3er-Token mit Trampel, Dino-Token. Das ist schon krass auf jeden Fall, sehr guter Effekt. Und minus x schießt die x-Schaden, den wir frei verteilen können auf Kreaturen und diese Kreaturen können in diesem Zug auch nicht blocken. Ich finde es ein sehr flexibler Planeswalker, den ich mir tatsächlich in mehreren Decks vorstellen kann, sowohl in einem etwas langsameren Deck, was gar nichts auch mit Dinos zu tun kann. Sie hat Removal, macht Token und macht Lebenspunkte, das kann man ganz gut in einem Control-Deck spielen. Ich kann sie mir auch in einem Midrange-Dinosaurier-Deck vorstellen, wo man Turn 1 bis 4 dicke Dinos legt. Turn 5 legt man sie, macht minus x, der Gegner kann nicht blocken, man überrennt ihn oder man macht sich weitere Dino-Tokens. Also auf jeden Fall ein sehr flexibler Planeswalker und sieht auf den ersten Blick auch echt stark aus. Nicht zu stark alles und sehen echt schön aus, die Planeswalker insgesamt. Scheinen auch ganz gut gebalanced zu sein. Über Limited muss ich glaube ich nicht reden, da spielt man sie immer auf jeden Fall. Unglaublich stark Planeswalker auf dem Pre-Release natürlich und ja, ich denke, das war es auf jeden Fall für die Planeswalker zu dieser Edition. Schauen wir uns die Multicolored Dinosaurier an. Als erstes Regisor Alpha, das ist glaube ich, ja, ich würde sagen, das ist der stärkste Dino der Edition. 5 Mana, 4, 4, alle anderen Dinosaurier kriegen Eile. Eile ist einfach unglaublich starke Fähigkeit bei Magic, man kann super Druck damit aufbauen und gibt dann auch noch allen anderen Dinos Eile. Und das ist natürlich noch nicht genug. Zusätzlich bringt er noch einen 3-3er Dino-Token mit Trample mit. Dieser Token hat ja auch quasi Eile dann direkt von dem Alpha, also das sind 5 Mana, 7-7. 3 davon haben Eile und Trample, das ist auf jeden Fall gut, besonders wenn man mehrere Alphas spielt, die geben sich gegenseitig Eile. Man kriegt immer mehr Tokens, man kann ihn sogar flickern, das ist natürlich krass, wenn man das irgendwie hinkriegt. In einem Naya-Farm, einem Dino-Deck, es gibt sehr gute weiße Flickerkarten. Man spielt den Alpha, flickert ihn direkt hinterher, dann hat halt alles Eile. Das ist halt super krass, das sind einfach 14 Schaden sofort, super starker Karte, richtig guter Dino. Dann haben wir hier den legendären Dino, das Avatar. Giza, das haben wir auch schön oft schon das Hintergrundbild hier gesehen. Tolles Artwork, wie ich finde, das ist so der Chef der Dinos. Haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber geredet für 8 Mana, 7-6. Trample, Wachsamkeit, Eile und wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, decken wir dementsprechend viele Karten von unserer Bibliothek auf und dürfen dann beliebig viele Dinos davon direkt ins Spiel bringen. Also wenn sie einmal connected, dann könnte es richtig, richtig fies werden. Würde ich natürlich im Ramp-Deck-Spiel nicht so Midrange-Agro-Dino-Deck, da muss man auf jeden Fall schnell hoch rampen. Super gut, dass sie Trample hat, deswegen, ja, macht man auf jeden Fall immer ein bisschen Schaden, Eile direkt dazu. Ist ein starker Dino. Ich glaube, das Balancing ist ganz gut, wird halt sofort von Hard Removal getroffen. Das ist natürlich das Problem, wenn man so ein großes Ramp-Deck spielt. Die Dinos können sich nicht so gut selber beschützen, aber es ist ein netter Effekt, kann super schnell stark eskalieren und, ja, würde ich auf jeden Fall gerne mal zocken mit der Karte. Ja, dann noch Ankammen-Dinos. Ich habe das jetzt ein bisschen eher nach Typ hier sortiert in dem Video. Als erstes Sky-Terror, 2 Mana, 2-2 Fliegen, Bedrohlichkeit. Das Ding ist quasi unblockbar, würde ich sagen. Also durch die Bedrohlichkeit muss der Gegner mit mindestens zwei fliegenden Kreaturen blocken oder Kreaturen mit Reichweite. Das ist richtig gut. Ich glaube auch, dass Boros-Agro oder auf jeden Fall ein rot-weißes Agro-Deck, vielleicht sogar noch mit einer dritten Farbe, super gut auf dem Pre-Release sein kann. Wenn man viele Flyer spielt, vielleicht auch Jaskai-Flyer, man hat Sky-Terror, Favorable Winds und die ganzen Flieger, ein paar Raid-Piraten, die fliegen. Das ist schon ziemlich stark. Würde ich auf jeden Fall mal antesten und denke, das ist auf jeden Fall ein sehr starker Arc-Type für den Pre-Release. So, dann haben wir hier noch einen zweiten Dino. Den Namen kann ich euch gar nicht so genau sagen, aber den Effekt kann ich euch sagen. Erstmal 5 Mana, 5-5 Trampel. Und wenn er das Spielfeld betritt, schießt er einen Schaden auf jede andere Kreatur, wenn ich das richtig hier sehe. Und das ist natürlich ein cooler Dino, auch wieder auf einer Ankammen, ganz nett. 5-5 Trampel sind auf jeden Fall gute Werte und ist natürlich super cool, um alle Enrage-Effekte bei uns auszulösen. Die Dinos haben echt viele Enrage-Trigger und ja, wir spielen bis zum fünften Zug hin ein paar Enrage-Dinos, vielleicht sogar die, die Länder raussuchen, wenn sie Schaden bekommen. Wenn wir davon zwei im Spiel haben, spielen wir den Dino aus und dann können wir uns direkt zwei Basics raussuchen und im nächsten Zug irgendwie einen 8-Drop legen, zum Beispiel einen riesigen Drachen. Also da kann man schon ein geiles Dino-Ramp-Deck auf jeden Fall mitbauen, mit den Enrage-Sachen. Ich finde ihn echt cool. Dann schauen wir uns ein paar Vampire an. Als erstes haben wir einen Wohner, den Batscher of Magan. Das ist der legendäre Vampir der Edition, 5-Mana-4-4-Wachsamkeit-Lifelink. Das macht ihn sofort zur Super-Mega-Limited-Bombe, denn 4-4-Wachsamkeit-Lifelink, das ist schwer zu handeln, wenn man ihn nicht töten kann. Der Lifelink, das ist halt einfach super stark. Und auch sein Effekt ist gut. Ich würde ihn nicht als super starke Mythic-Rare einordnen, sondern als sehr solide und als Mega-Bombe im Limited natürlich. Die sieben Lebenspunkte, um eine Nicht-Land-Karte zu zerstören, sieht natürlich sehr teuer aus. Man muss aber davon ausgehen, wenn der Gegner sich nicht gut wehren kann, dann macht man eben vier Leben pro Runde mit Lifelink zurück. Dann kostet sein Effekt effektiv nur 3 Mana und das ist halt auf jeden Fall echt solide für einen All-Zweck-Removal. Man kann das natürlich auch nur in seinem eigenen Zug machen, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Aber gut gewordet, nicht wie eine Hexerei, sondern im eigenen Zug. Heißt, wir können mit ihm auch angreifen und ihn dann noch im Declare-Attack-Steps tappen, für seinen Effekt einen Blocker entsorgen. Dann connectet er mit Lifelink und wir kriegen dann vier Leben wieder zurück. Also es ist eine super flexible Karte, sehr stark. Würde ich auf jeden Fall auch auf dem Prelease zocken, wenn er in meine Farbkombination passen würde mit dem Rest des Decks. Dann haben wir noch Call to the Feast, nice Tokenkarte. Für drei Mana wäre sie richtig, richtig cool, aber die Vampire haben Lifelink, das wäre zu stark. Sonst hätten wir wahrscheinlich eine modernen Tokenkarte sogar hier gehabt. Vier Mana, gibt drei Vampire mit Lifelink. Das ist natürlich cool für alle Vampir-Fans, Vampir-Tribal, sobald man irgendwie einen Lord oder sowas noch spielt. Kann man bestimmt im Casual da ein richtig gutes Token-Deck jetzt mitmachen mit den Vampiren. Gefällt mir gut, das Ganze auf eine Ankammen, auf jeden Fall eine starke Karte. Dann Admiral Beckett Brass, der Chef der Piraten oder die Chefin der Piraten in diesem Fall. Vier Mana, drei, drei. Alle anderen Piraten kriegen plus eins, plus eins. Sie ist also ein Vier-Mana-Lord. Ist erstmal okay, aber sie hat noch einen echt coolen Effekt. Der flavormäßig wirklich perfekt zu den Piraten passt. Zu Beginn des End-Step kriegen wir die Kontrolle über ein Nicht-Land-Permanent von einem Spieler, der in diesem Zug Schaden von drei oder mehr Piraten bekommen hat. Das ist natürlich cool. Wer zu viel Schaden von den Piraten kriegt, ja, die klauen dir halt dein Zeug und dann gehört das einfach denen oder ihr in diesem Fall. Und finde ich cool, nice Flavor-Karte für Grixis. Pirates, ich denke, das wird ein cooles Deck. Wird sich bestimmt spaßig spielen lassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann auf jeden Fall passiert. Hier haben wir dann noch ein paar Piraten. Der Dire-Fleet-Captain, vielleicht kann man sogar Boros, vielleicht kann man sogar Raktos-Aggro spielen, auch Limited gesehen. Mit genug Piraten, da kann er dann schon ganz gut werden. Zwei Mana, zwei, zwei, wenn er angreift, kriegt er plus eins, plus eins für jeden anderen angreifenden Piraten. Vielleicht im Limited nicht gut genug, nur wenn man wirklich die passenden Karten hat. Ich kann ihn mir aber auch in einem Raktos-farbenen Aggro-Piraten-Deck ganz gut vorstellen. Oder eben in dem Grixis-Piraten-Deck, dann im Casual- oder eben als Budget-Deck. Kann auf jeden Fall gut werden. Und dann hier noch was fürs Limited. Der Morading Looter, den finde ich echt ganz gut, wenn er in die Farbkombination passt. Vier Mana, vier, drei sind solide Werte. Und eben mit Raid kann man einmal looten. Ist jetzt nicht die stärkste Ankammen, die wir gesehen haben. Aber eben mal so ein Loot-Effekt ist ganz cool, um noch vielleicht eine neue Karte nachzuziehen und eine schlechte abzuwerfen. Ist nicht verkehrt, sagen wir es so. Dann noch was ganz Wichtiges. Auch bevor ihr zum Prelease geht, da könnte es eventuell Probleme geben. Denn es gibt schon einen Errater einer Karte, hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Und gut, dass ich noch bis zum Ende gewartet habe, weil ich habe mir schon gedacht, oh, die Karte, da könnte es irgendwie Probleme geben. Gut, es ist eine Rare. Aber erstmal, was ist denn das Problem? Und eben, falls dann da vor Ort noch was sein sollte, das hat ein Wizards-Errater gekriegt. Und ich gebe euch auch den offiziellen Wizards-Link unten in die Videobeschreibung, falls da irgendwie Fragen sein sollten. Denn der Hostage-Taker, erstmal vier Mana, zwei, drei. Wenn er das Spielfeld betritt, jetzt erstmal auf der Karte steht nämlich, schicke ein Artefakt oder eine Kreatur ins Exil, bis der Hostage-Taker das Spielfeld verlässt. Und die Karte darf man dann auch noch casten. Geändert wurde das auf Exile, eine andere Kreatur oder Artefakt, bis der Hostage-Taker das Spiel verlässt. Da wurde quasi das eine Wort. Hat gefehlt, denn das Problem an Karten, die sich selber exilen können, eben solange sie im Spiel sind. Man spielt die Karte, er exilt sich, dann kommt er wieder ins Spiel, weil er hat ja das Spielfeld wieder verlassen, er hat sich selber exilt. Dann kommt er wieder ins Spiel, die Ability geht neu auf den Stack, er exilt sich wieder selber, dann wird gecheckt, oh, er ist nicht mehr da. Dann kommt er wieder, der Hostage-Taker. Und dann kann man halt beliebig viele Enter-the-Battle-Field-Trigger dadurch generieren. Und wenn man sowas hat wie, also wenn man das nicht unterbrechen kann, dann drawt man einfach das Spiel, wenn keine Kreatur im Spiel ist. Das ist halt doof, wenn das dann unentschieden endet, ein Pre-Release-Spiel. Wenn man sowas hat wie immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kriegt man ein Leben, dann hat man halt unendlich viel Leben, beziehungsweise beliebig viel Leben. Und dann sagt man halt so, yo, Hostage-Taker exilt sich selber. So, man zeigt einmal den Loop, sagt, ich mach das 10.000 Mal, man hat dann 10.000 Leben. Und ja, das war halt nicht so gedacht. Der Hostage-Taker an sich ist natürlich eine sehr gute Kreatur. Gefällt mir sehr gut, weil man kann die Karte, die man klaut, dann auch nochmal selber ausspielen. Jetzt ist er so, wie er wirklich gedacht war. Und es ist immer noch eine gute Karte. Aber auf jeden Fall seid vorsichtig, da könnten eventuell Unendlichkeits-Kombos mitgemacht werden. Das war nicht so die Idee dahinter. Gehen wir mal weiter. Wir haben noch zwei Mehrfolks im grün-blauen Bereich. Wir haben einmal Tishana, das Legendary Mehrfolg, für sieben Mana XX. X ist unten gleich der Anzahl unserer Handkarten. Das ist jetzt nicht unbedingt super stark. Man hat auch keine Maximum Hand Size. Da sieht man sofort Bomb-Mega-Commander-Karte sofort. Und dann aber noch unten der Effekt, wenn sie das Spielfeld betritt, zieht man eine Karte für jede Kreatur, die man kontrolliert. Das ist echt nicht so schlecht. Man kann damit ordentlich Karten ziehen. Gerade mit einem grün-blauen Deck mit so vielen Kreaturen. Ist ganz nett. Vielleicht mit dem neuen Cradle sogar im Standard irgendwie spielbar, um ganz viele Karten zu ziehen in so einem Kreaturen-Ramp-Deck. Muss man gucken. Wird sich zeigen. Ist auf jeden Fall eine solide Karte. Für uns auch nichts Neues. So Karten in dem Stil kennen wir ja schon. Dann eine wirklich starke Limited-Ankommen, wie ich finde. Shapers of Nature. 3 Mana 3,3. Für 4 Mana können wir eine Marke auf eine Kreatur legen und für 3 Mana eine Marke entfernen, um eine Karte zu ziehen. Das ist nicht schlecht. Besonders, wenn man vielleicht sogar noch den Rare Mehrfolg hat, wo alle unblockbar sind mit Marken. Ist super stark. Ist ein sehr teurer Effekt natürlich. Beide Effekte sind relativ Mana-intensiv. Aber im Late-Game ist das doch eine super Möglichkeit, seinen Mana zu verbrauchen. Und 3 Mana 3,3 kann man auch nicht meckern. Und ist halt auch solide. Und ich denke, es ist definitiv eine Top-Ankommen für das Limited. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viele Flipkarten noch bei den Artefakten. Schauen wir uns als erstes den Dowsing Dagger an. 2 Mana. Wenn er das Spielfeld betritt, kriegt ein Gegner 2 0,2er Pflanzentoken mit Defender. Also man gibt dem Gegner erstmal Verteidigung, wo man sich dann durchschlagen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Für 2 Mana ausrüsten. Die Kreatur kriegt plus 2, plus 0. Und wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spielerkampf Schaden zufügt, dann dürfen wir den Dagger transformen. Das ist also nicht ganz so. Einfach und passiert auch nicht ganz so schnell. Und hinten drauf dann aber Tab. Man kriegt 3 Mana einer beliebigen Farbe. Ja, das ist sehr interessant, die Karte. Ist natürlich ein bisschen, ja, so, was macht man wirklich damit? Also man braucht irgendwie ein aggressives Deck mit vielen Kreaturen, um den Dagger zu flippen. Aber was macht man dann mit dem Mana? Frag ich mich die ganze Zeit. Ist eine super interessante Karte. So wie so die ganzen geflippten Länderkarten, die Rückseiten. Ich finde die Artworks so cool. Die Karten sehen echt cool aus. Ist mal was Neues. Und gerade so, ja, das neue Land, was man erkundet, gefällt mir echt gut. Für den Dagger habe ich noch nicht so richtig die Verwendung gefunden. Da könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Und wir schauen uns mal das nächste Artefakt an. Dann haben wir hier das Primal Amulet. Vier Mana, Instant und Sorceries, kosten ein Mana weniger zum Casten. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Und immer wenn wir einen Instant- oder Sorcery-Spell casten, dann kommt da eine Ladungsmarke auf das Amulett. Und wenn dann vier oder mehr Ladungsmarken drauf sind, dann wird das dann transformiert. Gut, die Marken werden entfernt und das transformiert. Und dann tappt es für ein Mana einer beliebigen Farbe. Und wenn dieses Mana für einen Instant- oder Sorcery-Spell benutzt wird, dann wird dieser Spell kopiert. Das ist ziemlich geil. Würde ich auf jeden Fall in so ein Isid-Commander-Deck reintun. Also Decks, die generell sehr viele Spells spielen. Das Amulett macht natürlich wieder nicht sofort was. Aber der Flip-Effekt, also die Rückseite, finde ich, ist so stark. Man kriegt, man kann Spells einfach kopieren für nichts. Das ist super krass. Gefällt mir richtig gut. Kann man bestimmt das ein oder andere nette Deck mit bauen. Top-Flip-Karte. Dann die Treasure-Map. Also wie gesagt, die Artworks muss ich, glaube ich, jetzt nicht mehr erwähnen. Ich bin großer Fan vom Flavor der Edition. Zwei Mana-Artefakt, ein Mana-Tappen, Hellsicht 1 machen. Dann kommt eine Marke auf die Treasure-Map. Und wenn dann drei oder mehr Marken da drauf sind, dann entfernt man die Marken. Man transformiert die Karte und man kriegt noch drei farblose Treasure-Token, die dann natürlich Mana machen. Und auf der Rückseite ist dann Tab, Opfer ein Treasure, ziehe eine Karte. Das ist eine richtig gute Karte für ein Treasure-Deck. Das ähnelt dann schon ein bisschen besser dem Clou-Deck. Und man kann auch nicht nur mit den Treasures Mana machen, sondern auch endlich richtig gut mit ihnen Karten ziehen. Da werde ich auf jeden Fall auch ein Casual-Deck drum bauen. Gefällt mir sehr gut. Gut, dann haben wir noch so Matic-Compass. Zwei Mana für drei Mana Tab. Durchsuch dein Deck nach einem Standard-Land. Nimm es auf die Hand. Und zu Beginn des End-Steps, wenn man sieben oder mehr Länder kontrolliert, dann wird das ganze Ding transformiert. Und dann kann man eine angreifende Kreatur enttappen und sie aus dem Kampf entfernen. Also Mace of Ys auf einer Flipkarte. Das ist ziemlich krass, dass so ein paar alte, super starke Länder ähnlich wie dem Cradle hier auf den Flipkarten sind. Ist ein super Effekt und ich denke, kann man halt auch wieder für Commander auf jeden Fall sehr gut benutzen. Ich glaube, die Commander-Spieler haben auch echt nice Karten bekommen, die ein gutes Power-Level haben. Spaß machen zu spielen und gefällt mir ganz gut der Kompass. Dann Conqueror's Gallion. Wir haben auch ein paar Schiffe. Klar, mit den Piraten kehren nochmal die Fahrzeuge zurück, die wir ja schon kennen. Ist ganz in Ordnung. Wizards war auf jeden Fall vorsichtig mit den Fahrzeugen, finde ich. Man sieht das. Die sind alle ein bisschen, ja, ein bisschen schwächer. Besonders die Rare-Fahrzeuge, die gleich kommen. Wir schauen uns aber erstmal hier das Flip-Fahrzeug an, die Galeone. Für 4 Mana ist sie 2-10. Wenn sie angreift, dann schicken wir sie ins Exil am Ende des Kampfes und dann kommt sie transformiert zurück ins Spiel. Man muss also nur einmal angreifen. Das Ding mit 4 Power bemannen, das ist eigentlich relativ gut schaffbar. Und dafür kriegt man auf der Rückseite tatsächlich auch ein sehr, sehr, sehr gut flexibles Land. Es hat mir farbloses Mana. Für 2 Mana zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Für 4 Mana zieh einfach eine Karte. Und für 6 Mana nimm eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das ist schon eine ziemlich coole Karte. Ist natürlich ein bisschen schwer, dann das richtige Deck zu haben. Man muss das Schiff halt schließlich bemannen. Die Rückseite sieht wieder krass nach Control-Deck aus. Aber man kann es auch definitiv, denke ich, mit den Piraten spielen, um dann im Late-Game Karten nachzuziehen, zu looten oder wichtige Karten wiederzuholen. Ist halt relativ mana-intensiv und spricht halt eher für ein Control-Deck. Und ich finde das wieder so ein schönes Beispiel für eine Flipkart, wo ich mir denke, ah, die Vorderseite, die passt in einen anderen Decktyp als die Rückseite. Aber dennoch coole Karte, bin gespannt, was die Leute damit bauen. Ich sehe auch immer nicht alles auf den ersten Moment. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Deck-Kreationen da ans Licht kommen werden. Dann noch die zwei Piraten-Schiffe. Zum Ersten das Shadowed Caravelle für 2 Mana, 2, 2. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, explort. Dann gibt es eine Plus-1, Plus-1-Marke. Und Bemann 2, das ist relativ solide, muss man halt schauen. Im Limited halte ich es für relativ schwach, weil die Werte 2, 2, Crew 2 sind nicht super stark. Also Wizards war auf jeden Fall vorsichtiger diesmal bei den Fahrzeugen. Aber eben, ja, Piraten-Schiffe als Fahrzeug passen natürlich vom Flavor-Soup in die Edition. Und eventuell kann man das Caravelle in einem Budget-Explore-Deck bauen, so mit grün zusammen. Da kann das Schiff dann doch relativ schnell eskalieren. Also in einem Fun-Deck, denke ich, ist es spielbar, aber sonst nicht übermäßig stark. Dann das Fell-Flagship, 3 Mana, 3, 3. All unsere Piraten kriegen Plus-1, Plus-0, also quasi ein Lord-Fahrzeug. Das ist auf jeden Fall was ganz Neues, sieht auch recht solide aus. Immer wenn das Flaggschiff einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann wirft dieser Spieler eine Karte ab. Das ist natürlich ein schöner schwarzer Effekt, passt aber auch zu den Piraten. Immer wenn dir quasi das Piratenschiff Schaden zufügt, muss man eine Handkarte abwerfen. So, ja, es wird einem was geklaut, passt auf jeden Fall gut zum Piraten-Thema. Und das Schiff sieht auf jeden Fall recht solide aus, dadurch, dass es den Lord-Effekt noch hat. Zumindest Plus-1-Stärke für alle Piraten. Und im Limited ist das definitiv eine sehr gute Rare, würde ich sagen. Dann haben wir noch eine sehr gute Sideboard-Karte, wie ich finde. Und zwar Sorceress, Spyglass, für zwei Mana ein Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, dürfen wir uns die gegnerische Hand angucken, dann einen Karten-Namen auswählen. Und dann können aktivierte Fähigkeiten der Quelle mit dem gewählten Namen nicht mehr aktiviert werden. Es sei denn, es sind Mana-Abilities. Diesen Effekt kennen wir natürlich schon von der Peathing-Needle. Schon immer eine super Sideboard-Karte, sehen wir auch im Modern-Format. Hier bezahlen wir ein Mana mehr. Aber das Coole ist, wir müssen sie nicht blind aufs Feld legen und irgendwas ansagen, was eventuell gut sein kann. Oder eben die Karte so lange zurückhalten, bis wir ein passendes Ziel finden. Das Spyglass kann man halt auch eben mal aufs leere Board legen. Die Hand des Gegners ansehen. Und hat so einen kleinen Vorteil. Zum einen, dass man immer die richtige Karte nennen kann. Aber auch Zusatzinformationen, dadurch, dass man die gegnerische Hand sieht. Finde ich auf jeden Fall ziemlich gut. Man kann Karten schon abschalten, bevor sie überhaupt ins Spiel kommen. Und die Chance haben, ihre Fähigkeiten zu benutzen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann noch ein Banner, schön für die Tribals. Passt auch in die Edition rein. Vanquishers, Banner, 5 Mana. Wenn er das Spielfeld betritt, wählen wir einen Kreaturen-Typ. Kreaturen des gewählten Types kriegen plus 1, plus 1. Und immer wenn wir einen Kreaturen-Zauber wirken, der den gewählten Typ hat, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Ist eine solide Karte, macht halt nicht super, super viel wieder, wenn es ins Spiel kommt. Wir haben bei Magic oft so Banner-Effekte oder a la Code of Arms. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Würde ich in einem Casual-Deck verbauen. Im Limited wäre ich wieder vorsichtig, da man eben nicht genug Kreaturen meistens hat, eines Typs, um die Karte dann zu spielen. Man kann es durchaus ausprobieren in einem etwas Ramp-Deck. Vielleicht im Casual mit den Dinos zusammen, kann ich es mir ganz gut vorstellen. Oder am Ende der Kurve in einem Tribal-Deck. Kann funktionieren. Ist nicht super stark, aber zumindest flavorvoll. Dann die zwei letzten Karten für dieses Set-Review. Als erstes das Sentinel-Totem. Wir haben eine neue Karte für Graveyard-Helten, ein Mana-Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, dürfen wir Hellsicht 1 anwenden. Und für ein Mana exilen wir das Totem, um alle Karten aus allen Friedhofen ins Exil zu schicken. Graveyard-Hate ist immer gut. Die Karte sieht auf den ersten Blick auch echt gut aus. Wir haben für ein Mana, wir können es sofort benutzen, alles exilen. Ein Mana Graveyard-Hate auf Artefakten vergleicht man natürlich immer mit Relic of Pogenitus. Das Relic kann man natürlich ein bisschen anders einsetzen, aber der Vorteil des Totems ist natürlich, dass wir dort Hellsicht 1 anwenden können. Und so noch ein bisschen unser Deck manipulieren können. Ist natürlich eine Sideboard-Karte, aber eine sehr schön designte, wie ich finde. Dann abschließend Pillar of Origins. Noch etwas für die Tribal-Decks. Wird man auch wahrscheinlich relativ gut dann wieder im Limited spielen können. Je nachdem eben, wie viele Kreaturen ihr eines bestimmten Kreaturentyps habt. Den wählt man auch aus, wenn der Pillar ins Spiel kommt. Und dann tappt der für ein Mana einer beliebigen Farbe. Dieses Mana darf man dann aber nur benutzen für Kreaturen des gewählten Typs. Ist aber in Ordnung. 2-Mana-Ramp-Artefakt ist nicht schlecht, gerade da es Mana einer beliebigen Farbe macht. Normalerweise bezahlt man da bei Magic schon 3 Mana für das Artefakt. Aber so, das sieht auch ganz gut aus. Und definitiv in dem Dino-Ramp-Deck im Casual, definitiv super spielbar. Schöne Tribal-Karte. Kann man natürlich auch mit älteren Tribals kombinieren, wenn man dann noch ein Ramp-Artefakt braucht. Ja, das war es für Teil 6 des Set-Reviews. Damit schließe ich auch meine Set-Review-Reihe ab. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Tipps mitnehmen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg auf den kommenden Pre-Releases. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.